Ja hallo und herzlich willkommen bei Sorego.ca. Ich dachte mir, ich mache mal wieder ein kurzes Video, was bei uns gerade so abgeht. Alle Schweizerinnen und Schweizer im Homeoffice, zumindest die Büroangestellten oder sehr viele davon, werden wieder abgeschottet und ich möchte euch kurz ein kleines Tool vorstellen, das ich wirklich toll finde und momentan extrem stark nachgefragt wird. Wir haben gerade wieder eine Lieferung bekommen und zwar geht es um dieses Gimba Board. Es ist ein Balance Board, das sieht so aus. Das ist die Unterseite, das ist die Oberseite. Das neue hat jetzt auch diese Noppen drin, die kann man auch wegnehmen und was passiert ist, du kannst dieses auf den Boden stellen, idealerweise an deinem Steh-Sitztisch oder wenn du bügeln möchtest oder was auch immer du im Stehen machst, vielleicht auch Kochen könntest du auch machen, dann kannst ich mit den Füssen hier drauf stellen, auf die Seite und dann bewegt sich dieses Board so und so. Das heisst, das Board, wenn es fix so liegt, können die Füsse sich so bewegen. Und das fördert deine Bewegungsfähigkeit am Arbeitsplatz, in deinem Homeoffice allenfalls. Es ist sehr, sehr preiswert, es kostet nur 150 Franken meine ich. Schau doch mal im Onlineshop nach, ich lasse den Link ebenso einblenden unten in der Beschreibung. Also dieses Gimba Board kann ich wirklich sehr empfehlen, finde ich wirklich toll. Schau doch mal vorbei, ich freue mich, bleibt gesund und in Bewegung auch im Homeoffice. Ich freue mich. Und dann machen wir, danke, was wir noch heute sind. Und dann können wir schauen, wir noch weiter. Okay. Genau. Vielen Dank.